Hier mal etwas, was nicht ganz hierher gehört, aber es wird ja doch öfter in der deutschen Sprache verwendet, der Tag Freitag, Friday, Friday. Verwirrend ist, dass wenn es kombiniert wird, zum Beispiel Friday Morning, dann gibt es die Tendenz, dass man ein I spricht, Friday Morning, Friday Afternoon. Aber wenn es separiert und am Ende des Satzes steht, dann wird bevorzugt Friday gesprochen, Friday.